Miss Ivanka möchte zweimal blau, zweimal gelb und einmal weiß. Ich glaube, sie hat extra eine Kombination genommen, die dann hässlich aussieht. Aber wir lassen uns einfach überraschen. Also blau, klick, klack, gelb, klock, klick. Und natürlich noch weiß, kluck. Da haben wir auch schon die Würstchen. Natürlich vermischen und ich nehme jetzt einfach mal an, dass wir jetzt grün. Obwohl eher türkis. Und wie sieht das auf den Lippen aus? Ich würde sagen einzigartig. Und was mischen wir als nächstes?